Musik Zeigts doch ein bisschen Respekt vor eurem Publikum und lernts wenigstens die Texte. Wie schwer ist das bitte? Ach scheiß doch drauf, ich stehe seit über 20 Jahren für Rock'n'Roll in Österreich und heute überleben nur die Echten. So schaut's aus. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Fränze. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Fränze. Auuuuuuu He Horta Der Film Demnächst für euch auf Youtube